Heute spiele ich euch mal das Lied »He, Jo, spann den Wagen an« vor. Wir nehmen die Töne D und A. Im Original wechselt das ja immer zwischen D und A, wenn man in dieser Ton hat, ist hin und her, das hat auch was, aber es geht auch mit der Schruti-Box. So, die Klammern entfernen, damit wir punkten können. D und A ist eingestellt und jetzt geht's los. »He, Jo, spann den Wagen an«, »Wenn der Wind treibt, wegen übers Land, hol die goldenen Gaben, hol die goldenen Gaben hin.« Ja, ist natürlich ein Kanon. Die anderen Stimmen müsst ihr dann selber machen oder probiert es mal im Kanon mit der Schruti-Box aus. »Hierer-Wagen an«, bre20, 12,13 – 15,144 – 15,156 – 16,156 »Hierer-Wagen an«, bre20,136 – 16,156 – 162 – 16,206 – 16,156 – 17,155 – 16,156 – 16,173 – 16,176 – 17,186 – 17,196 – 18,176 – 18,196 – 18,196 – 18,197 – 18,186 – 18,196 – 18,197 – 1916. Untertitelung des ZDF, 2020